Mal gucken, ein bisschen klippen, nicht wundern für unseren Facebook Clip, 3 Minuten Clip. Herzlich Willkommen zum Rewards Opening Weekend League Gold 3 und wir haben 30.000 Münzen, 2 Megapacks, ein seltener Spielerpack, wo die größten Hoffnungen drin liegen, ruhen und zweimal 1 von 3 Playerpacks, 2000 Champions-Punkte für die Auto-Quali und ja, so, machen wir aber gar nicht so wild, also sollte im ersten kein Kunja sein, machen wir das zweite mit der Nase auf und ansonsten, wie gesagt, völlig entspannt, keine Wünsche, Rashford wird sowieso erstmal noch eine Weile an unserem Glücksportfolio zehren, insofern, Kunja schon gekauft, hau hier ein Muskelschei, ja, aber Rot wäre cool, oder? Mal gucken, also 3, 2, 1, Daumen drücken, Kunja go! Oh, ein Zwei-Nachts-Jahr war da, aber alter, was für ein Schrott, oder? Puh, da hat man gleich Lust, sich am Wochenende gar nicht anzumelden. Ja, alter Falter, was sind das für Ligen? Frankreich, Frankreich, ZM, der macht vielleicht noch am ehesten Sinn, falls wir mal irgendwann ein Ligue 1-Team brauchen. Ja, hat Schmuck, ja, hat Schmuck, Belgien, alter Falter. Lachsi, grüß dich, so, also jetzt müssen wir mit der Nase öffnen, damit wir den roten Kunja kriegen, hau he! Hm, bitte. Lull? Es ist nicht original, das Gleiche wie eben, oder? Auch noch an der gleichen Stelle? Oder bin ich jetzt irgendwie Lust? Hab ich zurückgespult? Was für ein Fasche, oder? Auch noch in der gleichen Reihenfolge? Ihhh, oh nee, ach FIFA, wirklich, ey. Da hast du schon wirklich keinen Anspruch, du willst nur einen roten Kunja, einen lausigen, ranzigen Hertha-Spieler. Und kriegst zweimal die gleiche, äh, äh, Sache. Hast du auch nicht zu fassen? Unfassbar, genau dasselbe, oder? Das sind doch die gleichen, was ist das denn? Ja, ja, unglaublich. Arm zusammen. Ey. Okay, eigentlich kam es im Stream, und eigentlich gibt es dann einen schönen Clip, die Leute werden begeistert sein. Ist nicht glauben können, ich kann es auch nicht glauben. So, dann dürfen wir die gar nicht doppelt nehmen, ne? Dann können wir jetzt noch Jahre schmucken, dem Tom, wenn wir so ein Spiel aufmachen. Nein, Daniel, grüß dich. Warte mal, ich bin gleich bei dir. Es ist ja nicht zu fassen, ey. Zweimal den gleichen, Daniel, zweimal die gleichen drei Karten, und dann noch in der gleichen Reihenfolge, und dann noch so ein Schmutz. Naja, wunderbar. Ich sage ja, der Glücksbonus ist erst mal wochenlang aufgebraucht, mit, äh, mit Rashi. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen.